Unser Feind ist bereit. All seine Kräfte sind versammelt. Noch keine Nachricht von Frodo? Kein Wort. Ja. Du hast eine übrige Macht gegen dich, Argon. Du brauchst mehr Männer. Es gibt keine. Er will uns umbringen! Niemals! Das Smeagorn würde in keiner Fliege was tun. Ich kann's nicht, Herr Frodo. Ich werd nicht drauf warten, dass er uns tölt. Aber ich werd ihn nicht wegschicken. Der fette Hobbit wird ihn hier wegnehmen wollen. Vor den Mauern von Jonas Tirith soll sich also das Schicksal unseres Zeitalters entscheiden. Die Ehre der Menschen ist vorüber. Die Zeit der Orts ist gekommen. Doch nichtsdestotrotz werden wir ihm in der Schlacht entgegentreten. Das ist mein Stundes! Das ist mein Stundes! Das ist mein Stundes! Das ist mein Stundes! Was war das заよろしく? Wisst ihr nicht, dass wir hier im Krieg sind? Wir werden Frieden haben, wenn man euch geächtet hat für die Feuersbrünste in Westfult und für die Kinder, die dort ihr Leben ließen. Wir werden Frieden haben, wenn das Leben der Soldaten, die vor den Turren der Hornwurt zerhackt wurden, nachdem sie schon tot waren, gerecht ist! Wenn ihr an einen Tal bepault, zum Vergnügen eurer eigenen Krähen, dann haben wir Frieden.